Heute wollen wir mal über ein Gerücht rund um Borussia Dortmund sprechen, welches ich ganz interessant finde und zwar handelt es sich um Alan Varela oder Alan Varela, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welcher Sprache ich seinen Vornamen aussprechen möchte oder wie, ist ein Argentinier, 22 Jahre alt, spielt beim FC Porto und ist ein defensiver Sechser. Das ist ja eine Position, die beim BVB definitiv verbessert werden muss, ich denke da sind wir uns alle einig und ja, da haut Fußballtransfers exklusiv, ist jetzt nicht die Königsquelle, aber dennoch finde ich den Namen einfach super spannend und wer weiß, vielleicht ist da ja was dran. Wie auch immer, in dem Bericht heißt es, dass sich der BVB für den Spieler interessiert und auf seiner Liste hat. Sprechen wir jetzt mal über das, was Varela richtig gut kann und das ist zum einen, dass er sehr viel Ruhe ins Spiel bringt, er ist defensiv stark, vor allem bei Luftzweigkämpfen, 58% hat er da in der laufenden Saison, er kann gut Bälle abfangen, ist gut im Ablocken, bringt eine enorme Passsicherheit sowohl in der eigenen als auch in der gegnerischen Hälfte mit. Auch seine Langpässe bzw. Chipbälle sind sehr präzise und er hat eine gute Übersicht. Das alles auch gepaart mit einer guten Ballkontrolle und ich würde sagen, da hat er auch einige Fähigkeiten, die beispielsweise ein Emre Can beim BVB aktuell so gar nicht bringt. Und da fängt es ja schon bei den Schlüsselpässen an, die kann er halt gut spielen, da hat er ein gutes Timing, da hat er ein gutes Auge und das braucht der BVB einfach. Der BVB braucht Qualität im defensiven Mittelfeld. Jemand, der nicht nur abräumt, sondern auch die Bälle im richtigen Moment schnell und sicher an den Mann bringen kann. Das alles kann Varela. Dazu kommt, dass er mit seinen 22 Jahren auch noch recht jung ist und ja, dieses sogenannte Entwicklungspotenzial mitbringt. Ich würde sogar fast sagen, dass Varela jemand ist, der zur Weltklasse aufsteigen kann. Allerdings gibt es hier zwei große Probleme, die für den BVB zum Knackpunkt werden können. Und das ist zum einen, dass er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro in seinem Vertrag hat. Und da hat Porto angedeutet, dass man diese ziehen muss, wenn man den Spieler haben möchte. Jetzt ist es aber so, dass er diese Summe natürlich bei Weitem noch nicht wert ist. Deswegen betrachte ich das Ganze jetzt mal eher als Verhandlungstaktik von Porto, was einfach auch daran liegt, dass der Vertrag des Spielers noch bis 2028 läuft. Letzteres sehe ich da eher als Problem. Und dann kommt noch hinzu, dass auch unter anderem Paris Saint-Germain und der FC Liverpool dran sind. Und das sind ja zwei Vereine, die natürlich deutlich mehr Zahlungskraft als Borussia Dortmund mitbringen. Und gerade bei PSG weiß man, dass man nicht davor zurückschreckt, auch mal zu viel für einen Spieler zu bezahlen. Auch der BVB zahlt man gerne zu viel, aber nicht so viel, falls ihr versteht, was ich meine. Jetzt ist es aber so, dass der BVB in dem Fall, gerade was einen Sechser angeht, die Aussicht bieten kann, regelmäßige Spielpraxis in einer höheren Liga zu bekommen. Den Spieler auch anbieten kann, in einer höheren Liga Aussicht auf regelmäßige Spielzeit zu bieten. Und das dann auch auf einer recht hohen Bühne. Naja, insofern dem BVB denn auch die Qualifikation für die Champions League gelingt. Das ist in meinen Augen für diesen Transfer definitiv eine Grundvoraussetzung. Was auch für den BVB spricht, ist die Tatsache, dass man bei der Club-WM 2025 teilnehmen kann. Das ist ja ein neuer Wettbewerb, der vielleicht auch gar nicht mal so unspannend ist. Jetzt muss man dazu sagen, Porto wird auch dabei sein. Nichtsdestotrotz kann es nicht schaden, dass der BVB sich eben auch dafür qualifiziert hat. Außerdem muss man bedenken, auch wenn es jetzt beim BVB aktuell wirklich nicht gut läuft und spielerisch einiges als katastrophal bezeichnet werden kann, darf und muss. Aber genau da kann ja ein Varela Veränderungen bringen. Und auch ein sehr wichtiger Schlüsselspieler werden, den BVB vielleicht wieder auf Vordermann zu bringen. Sprich, der BVB könnte hier glaubhaft vermitteln, dass man in ihm einen wichtigen Schlüsselspieler sieht. Und außerdem war es ja auch so, dass man bereits einige Spieler zu großen Stars formen konnte. Und warum soll das nicht auch in Zukunft wieder gelingen, wenn man die Ausrichtung wieder in der Richtung anpasst? Dennoch ist natürlich klar, dass der BVB hier so oder so relativ tief in die Tasche greifen müsste. Aktuell liegt der Marktwert laut Transfermarkt bei 14 Millionen Euro von Varela. Tendenz steigend, sodass im Sommer davon auszugehen ist, dass man ihn wohl kaum unter 30 Millionen Euro bekommt. Und genau das ist auch das Problem. Geht der BVB jetzt auf einen Spieler, der viel kostet, bei dem man aber weiß, dass er richtig viel Qualität mitbringt? Oder sucht man dann doch eher ein noch etwas unbeschriebeneres Blatt? Denn das ist Varela, wenn man sich die Interessenten anschaut und auch seine Leistungen in der aktuellen Saison definitiv nicht mehr. In jedem Fall bin ich aber mal der Meinung, dass der BVB den Spieler weiter auf dem Zettel haben sollte. Und hier, wenn wirklich Interesse besteht, frühestmöglich daran arbeiten sollte, den Spieler vom BVB zu überzeugen. Sodass der Spieler selbst im Idealfall gar nicht woanders hin möchte, um eben beispielsweise PSG, Liverpool und Vereine, die sich vielleicht sonst noch um ihn bemühen werden, auszustechen. Einfach, kann ich mir vorstellen, wird das Ganze wahrscheinlich nicht. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass Varela nicht der letzte Name sein wird, den wir hier besprechen werden. Und wahrscheinlich wird er auch nicht der werden, der am Ende beim BVB landet. Ich will es jetzt nicht ausschließen. Aber was das grundsätzliche Profil angeht, sollte der BVB tatsächlich in eine solche Richtung scouten, dann ist das in meinen Augen der richtige Weg. Auf der anderen Seite ist dann aber auch klar, jemanden wie Emre Can, den muss man eigentlich versuchen im Sommer zu verkaufen. Das wird nicht einfach, vor allem nicht bei den schlechten Leistungen, die er aktuell bringt. Da hätte man wahrscheinlich im vergangenen Sommer die Gunst der Stunde nutzen müssen. Und wahrscheinlich müsste man da dann auch mal schauen, wie es mit Salih Öcan weitergeht. Ja, Öcan gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn er beim BVB spielt, aber er gehört nicht wirklich zu den Stammspielern. Das hat auch seine Gründe, denn gerade wenn es gegen größere Gegner geht, da hat er ganz klar seine Schwächen. Sprich, Öcan ist jetzt keiner, der hohes internationales Niveau mitbringt. Und wenn man da dann vielleicht noch einige Millionen rausholen kann, dann würde das definitiv auch nicht schaden, um dann eben einen Spieler wie Varela finanzieren zu können. Im Fazit würde ich sagen, man sollte hier in jedem Fall, was die 6er Position angeht, im kommenden Sommer nicht denselben Fehler machen, wie man es beispielsweise bei Edson Alvarez getan hat. Ob Alvarez jetzt der Heilsbringer beim BVB gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Das glaube ich nicht, dafür ist doch einfach die Spielidee an sich aktuell auch viel zu schwach. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Frage ist nur, ob man es denn irgendwie hinbekommt, einen Emre Can tatsächlich zu verkaufen. Wie schon gesagt, die Interessenten werden definitiv nicht Schlange stehen. Und dann kommt ja noch das Problem hinzu, dass man Can zum Kapitän gemacht hat. Und das könnte im Nachhinein auch nochmal zu einem Problem werden. Erstmal war dann wieder dieses typische, wir wollen unser Gesicht nicht verlieren im Vordergrund steht. Das ist ja auch eine Sache, weswegen man gefühlt so lange am Trainer beim BVB festhält. Und ja, wenn man so dann mit dem Kapitän umgeht, auch wenn dieser nicht wirklich der Kapitän ist, der er sein soll, dann wird das Ganze hier nochmal deutlich schwieriger, als es den meisten Fans lieb sein wird. Und eigentlich auch den Verantwortlichen lieb sein sollte. Aber gut, ohne jetzt noch weiter abzuschweifen, gebe ich an der Stelle natürlich wie immer an euch weiter. Was sagt ihr? Alan oder Alan Varela? Je nachdem. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie man ihn richtig ausspricht, falls ihr es wisst. Sagt ihr, dass es die richtige Kategorie Sechser, die der BVB gebrauchen könnte? Oder habt ihr vielleicht sogar selbst bereits einen Spieler auf dem Schirm, um den sich der BVB bemühen sollte? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ich bin da auf eure Meinung gespannt. Ansonsten habe ich euch jetzt wie immer meine neuesten Videos in der Endcard verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, lasst auch hier auf diesem Video ein bisschen Liebe da. Und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid, macht es wie immer besser und bleibt am Ball. Aufkommen.